Ich arbeite schon seit vielen Jahren auch als Coach und ich wollte Kurse geben an der VHS, um einfach auch Kurse auszuprobieren. Es ist hochemotional, wenn ich Frauen wirklich dabei unterstützen kann, dass sie wieder in ihre Ausstrahlung kommen. Und wenn sie merken, dass sie so viel Power und so viele Möglichkeiten haben und auf einmal aufblühen. Ich bin ja schon einige Jahre bei der Volkshochschule und inzwischen sind es, glaube ich, acht oder zehn Bildungsurlaube, die ich in diesem Format einfach auch gemacht habe. Du hast auf einmal Frauen, die sagen, dass sie das ohne dich nicht geschafft hätten. Das ist schon richtig gut.